Sicherheitsschuhe gibt es massenhaft in jeder Ausführung, Farbe, jedem Schnitt und Design. Allerdings, meistens sind sie ein Produkt von der Stange. So individuell wie ein Fuß sind sie praktisch nie. Das könnte sich in Zukunft ändern, dank genauer Vermessung, 3D-gedruckter individueller Zwischensohle und vielen Kombinationsmöglichkeiten bei Länge und Breite des Schuhs. So wird der Sicherheitstreter zum Maßschuh – ohne extreme Preissteigerung. Dass durch diese individuelle Fertigung zum Beispiel in Zukunft eine Einlagenversorgung wegfallen kann, eine orthopädische, für die sie heute 160 Euro zahlen, und dieser Schuh wird ca. 20 Euro mehr kosten als ein heutiges vergleichbares Serienmodell, dann relativieren sich die Kosten sehr schnell. Die Digitalisierung macht's möglich, verhindert womöglich orthopädische Einlagen und Rückenschmerzen. Schließlich geht und steht der Träger, acht Stunden im Schuh, täglich, ein Berufsleben lang. Die Messe A plus A in Düsseldorf, hier stellt eine Branche aus, die für praktisch jeden Berufstätigen Interessantes bietet. In Industrienationen ist Arbeitssicherheit eins der wichtigsten Themen und ein Exportschlager für Wachstumsmärkte. Weil es eben sinnvoll ist. Es spart Geld. Wenn Sie Leute ausbilden und Geld in Menschen und deren Arbeitsleistung stecken, dann lohnt es sich auch, diese Menschen bei der Aschstange oder bei der Arbeit zu halten. Und dementsprechend die Investitionen in Arbeitsschutz und gesunde Arbeit sehr, sehr sinnvoll sind. Schutz und Prävention im Arbeitsalltag. Hier wird ziemlich deutlich, kein Arbeitnehmer muss unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen arbeiten. Und selbst wenn's gefährlich wird, Schutz ist möglich.